In diesem Video schauen wir uns das Tukari TF Acrylic Enclosure für den Prusa i3 MK3 und Mark 4 3D Drucker an. Tukari kommt aus Tschechien und entwickelt sowie produziert dort schon seit mehreren Jahren solche Gehäuse. Die Umhausung gibt es in verschiedenen Varianten für verschiedene Drucker. Ich habe schon seit längerer Zeit das TS Acrylic für den Prusa Mini sowie ein TLX White Gehäuse für den Karibu MK3 S320 im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Die neue Version mit dem Namen TF verspricht neben den Standardaspekten einer Umhausung, also dem Schutz des Druckers, stabilere Druckbedingungen für Materialien wie ABS oder die Lärmreduzierung, auch spannende Features, wie ein Kohle- und HEPA-Filter, ein digitales Thermometer und einen optionalen Lüftungsschacht für das Netzteil. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist auch der vergleichsweise niedrige Preis. Vor kurzer Zeit habe ich hier auf meinem Kanal das originale Prusa Enclosure getestet, welches mir sehr gut gefallen hat, allerdings wirklich teuer ist, gerade wenn man auch die Updates verbauen möchte. Mein Review zum originalen Prusa Enclosure findet ihr hier oben verlinkt. Das Tukari Enclosure kommt in einer relativ kompakten Box und besteht aus passend zugeschnittenen Plexiglasplatten, die über kleine gedruckte Winkel, Muttern und Schrauben miteinander verbunden werden. Hier seht ihr, wie ich alle Teile auspacke, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was alles in diesem Bausatz enthalten ist. Außerdem habe ich den gesamten Aufbau gefilmt und zeige ihn euch nun in einer Timelapse. Die Anleitung kann auf der Webseite von Tukari heruntergeladen werden und ist sehr verständlich. Der Aufbau ist fast schon selbsterklärend. Insgesamt habe ich ca. 45 Minuten für alles gebraucht. Das ist gerade verglichen mit dem bereits erwähnten original Prusa Enclosure quasi nichts, denn bei diesem habe ich über 6 Stunden gebraucht. Wenn das Gehäuse dann aufgebaut ist, wird es einfach über den Drucker gestellt. Er wird nicht fest installiert, was es zum einen zwar wesentlich flexibler und einfacher in Bezug auf das Handling macht, dafür aber auch nicht komplett abdichtet. Auch das Filament wird von oben, außerhalb, durch einen relativ großen Schlitz zum Drucker geführt. Dazu kommt, dass so Display und Netzteil im Gehäuse bleiben. Beim Display stört es mich nicht, da ich meinen Drucker eh hauptsächlich über Octoprint bzw. Prusa Link starte und während dem Drucken nur selten Einstellungen am Gerät vornehmen muss. Beim Netzteil hingegen wird empfohlen, es nicht in der warmen Umgebung vom Drucker zu betreiben und daher normalerweise außerhalb zu montieren. Das ist hier nicht vorgesehen, dafür bietet Tukari aber eine Lösung an. Man kann sich diesen Lüftungsschacht zum Selbstdrucken herunterladen und dann mit einem 40mm Lüfter an das Gehäuse schrauben. Der Lüfter ist zwar nicht im Bausatz von Tukari enthalten, aber dafür auch sehr leicht lokal zu bekommen. Auch der für den Filter benötigte Lüfter ist nicht enthalten, dafür liegen aber passende Schrauben bei, um einen Standard 120mm PC-Lüfter zu installieren. Die Stromversorgung geht dann über ein separates Netzteil oder direkt am 24V-Netzteil des Druckers mit Step-Down-Wandler. Für meinen ersten Test stellte ich das Enclosure über meinen Prusa i3 MK3S und teize die Temperaturen für ABS vor. Bereits nach kurzer Zeit erreichte die Innentemperatur im Enclosure über 35 Grad Celsius. Da der Prusa i3 MK3 und MK4 dieselben Abmessungen haben, ist das Gehäuse natürlich für beide Drucker geeignet. Genauer gesagt lassen sich alle Druckern das Gehäuse stellen, bei denen die Außenmaße nicht die Innenmaße des Gehäuses überschreiten. Allerdings sollte man hierbei nicht vergessen, bewegliche Teile wie das Druckbett oder die X-Achse in der höchsten Z-Position oder auch die Filamentzufuhr mit einzukalkulieren, damit alles passt. Für den Karibu 220 passt das Gehäuse zum Beispiel ebenfalls. Nach diesem Video werde ich auch meinen Prusa MK4 mit diesem Enclosure verwenden. Die Erfahrung teile ich dann in einem ausführlichen Vergleichsvideo zum originalen Prusa Enclosure mit euch. Vergesst also schon mal nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um dieses Video nicht zu verpassen. Nun zu den teilweise auch subjektiven Vor- und Nachteilen. Einmal gefällt mir, dass man durch das sehr klare Plexiglas von allen Seiten, vor allem auch oben, sehr gut auf den Drucker blicken kann. Gerade beim originalen Prusa Enclosure hat er mich gestört, dass man nur sehr schlecht sieht, was der Drucker tut. Hier sieht das ganz anders aus. Auch mag ich, dass der Aufbau schnell und einfach geht und das Enclosure leicht bewegt werden kann. Die Bauteile haben wirklich sehr hohe Qualität und das zu einem auch sehr guten Preis. Der erste Nachteil ist jedoch, dass man nicht mehr wirklich an den Ausschalter des Netzteils kommt. Ich schalte den Drucker immer bei Nichtbenutzen am Netzteil aus und ich habe mich wirklich verwundert, als ich bemerkt habe, dass das schlicht nicht mehr möglich ist. Es sei denn, man hebt das gesamte Gehäuse an oder verwendet ein Hilfsmittel, um durch die seitliche Öffnung den Schalter zu betätigen. Dazu kommt noch, dass es weniger Upgrade bzw. Befestigungsmöglichkeiten gibt, um zum Beispiel Licht oder ein Feuerlöschsystem zu installieren. Auch wenn das für die allermeisten Anwender vermutlich keine wichtige Rolle spielt. Insgesamt bin ich mit dem Enclosure dennoch sehr zufrieden und kann es euch empfehlen. Gerade wenn ihr an einem wirklich schicken, dazu aber auch robusten und günstigen Gehäuse interessiert seid, seid ihr bei Tokare genau richtig. Was denkt ihr von dem Enclosure? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.